Wisst ihr noch, als ich im letzten Video das hier gesagt habe? Bis auf letzte Woche kamen jetzt länger keine Videos mehr. Das wird sich ab jetzt allerdings wieder ändern, hoffentlich. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe jetzt angefangen, mir meinen Morgen neu zu strukturieren. Und ja, wir haben aktuell 5.43 Uhr und ja, ich habe jetzt begonnen, Videos jetzt mal morgens aufzunehmen. Finde ich ganz interessant. Morgens kann ich, denke ich, noch ein bisschen vor der Schule arbeiten oder halt auch Videos machen, wenn die Zeit dafür da ist. Und dementsprechend versuche ich jetzt auch wirklich wöchentlich Videos hier zu bringen. Ich weiß, das habe ich schon oft gesagt, aber naja, dann probieren wir es mal. Und zwar, wie ihr es wahrscheinlich schon im Titel lesen könnt, werde ich heute auf meine Bewerbung eingehen. Ich habe im letzten Video gesagt gehabt, dass ich ein duales Studium machen werde nach der Schule. Und ja, da will ich euch heute einfach mal meine Bewerbung, die ich an verschiedenste Unternehmen rausgeschickt habe, zeigen. Wo ich dann ja auch letztendlich bei einer Firma genommen wurde und dann starten wir rein. So, wir sind jetzt hier in der Bewerbung drin. Und ihr seht schon, ich habe mich dafür entschieden, ein Cover zu machen und habe hier ganz vorne auch ein Foto von mir drin. Generell habe ich erstmal eine halbe Stunde an der Farbwahl gesucht, welche Farbe ich nehme. Ich wollte möglichst einen Kontrast zwischen Professionalität und Kreativität. Also es sollte nicht allzu steril wirken. Und da habe ich mich jetzt für das Kreative im Design an sich entschieden und für das Seriöse, Professionelle in der Farbe. Nämlich ein Aquamarinenblau, sage ich mal. Also es geht in die Richtung Aquamarinenblau. Und ja, da habe ich mich halt auch für die Design-Elemente dieser Striche hier entschieden, die sich auch durch die komplette Bewerbung hindurchziehen. Und auch hier der Hintergrund vom Bild hat noch so einen Rahmen, sage ich mal. Und ja, das Foto habe ich tatsächlich auch selber aufgenommen, beziehungsweise meine Mutter hat das aufgenommen. Aber ich hatte halt die Kamera alles eingestellt. Also prinzipiell war es nur Auslöser drücken. Und habe mich dann halt ausgeschnitten gehabt und vor einem professionelleren Hintergrund, sage ich mal, gesetzt. Dass es einfach, ja, auch besser und seriöser wirkt. Und mir gefällt das Foto tatsächlich sehr gut. Ich habe da hinterher halt auch noch viel in Photoshop nachbearbeitet. Ja, und unscharfe Stellen bearbeitet und so weiter und so fort. Dann wollte ich möglichst, dass mein Name und das mit der Bewerbung auf einer Höhe sind. Ich habe Bewerbung in einer kleineren Schrift genommen und meinen Namen in einer größeren. Weil ich finde, da sollte so der Hauptaugenmerk drauf liegen. Weil, dass es eine Bewerbung ist, ist klar. Und dass es zum Mediengestalter ist, ist auch klar. Was nicht klar ist für das Unternehmen oder den Personaler, der das anguckt, ist ja der Name. Und da fällt dann das Hauptaugenmerk drauf. Ich habe mich ja auch noch für die zwei Striche, um einfach diese Brücke zum Namen zu machen. Und das zum Mediengestalter hier unten habe ich mich ein bisschen kleiner für entschieden. Dass ja prinzipiell, wie gesagt, dem Personaler einfach klar ist. Ja, dann habe ich hier mit Icons noch möglichst die Kontaktdaten angegeben, dass das auch noch mal knapp drauf ist. Und hier seht ihr auch schon, kehren diese Design-Elemente von den Strichen zurück. Gehen wir weiter zu der ersten Seite, also zur ersten richtigen Seite, nämlich dem Lebenslauf. Dort habe ich mich für entschieden, solche Kästchen hier zu machen mit einem Pfeil, die dann halt nach außen hinweg gehen. Und mir persönlich gefällt das sehr, sehr gut. Ich habe hier auch, was den Lebenslauf angeht, so ein kleines Diagramm hier gemacht gehabt, was den Bildungsstand angeht. Und ja, oben nochmal ein paar kleine Informationen zu mir, weil die auch in den Lebenslauf gehören, auch wenn prinzipiell das meiste davon schon auf dem Cover hier steht. Und ja, Bildungsstand, alles auch mit Icons hier ordentlich eingearbeitet. Ich bin generell ein sehr großer Fan davon, Icons zu verwenden, weil visuell nimmt man oft Sachen einfach besser wahr, als wenn man es liest. Und der Mensch ist natürlich auch sehr faul, weswegen Icons das halt wesentlich leichter machen. Zur Arbeitserfahrung, ja, da habe ich dann halt meine verschiedensten Jobs angegeben und ich bin da vom aktuellsten ausgegangen. Und da mache ich ja, bin ich ja selbstständig und mache Social Media Designs, aber auch für kleinere Unternehmen hier bei mir in der Nähe mache ich Designs. Und deswegen habe ich jetzt bis 2014, also in die Vergangenheit, das angegeben gehabt. Mini Jobs habe ich dann halt auch angegeben gehabt. Wie gesagt, das endete 2021, also 2020 bis 2021 war das hier. Demnach habe ich das hinter dem, obwohl es prinzipiell später angefangen hatte, aber ich will ja mit dem aktuellsten. Da fand ich halt einfach wichtig, die aktuellsten Sachen oben zu haben, da es einfach, ja, zeigt so, aktuell mache ich das und das. Und das ist halt einfach, finde ich, das Wichtigste. Da interessiert auch nicht irgendwie der Grundschulabschluss, wie hier, weil, dass ich da Erfahrungen habe, so, das kann sich in der Zeit auch schon wieder längst geändert haben. Ja, und ihr seht, auch hier hat sich das wieder mit den Design-Elementen durchgezogen. Und zwar haben wir hier wieder diese drei Striche und jetzt als Unterlage für die Seitenanzahl. Wir sind hier beim Lebenslauf auf Seite 1 und demnach ist es auch hier die 1, die da dran steht, selbstverständlich, weil ich das Cover an sich nicht mitzähle. Ja, gehen wir weiter beim Lebenslauf auf Seite 2 und da habe ich mich, ja, gestalterisch wirklich ausgelebt. Wir haben hier in den Eigenschaften Diagramme, die anzeigen, zu wie viel Prozent ich mich in was sicher sehe. Da habe ich mir einfach die wichtigsten Eigenschaften für den Beruf rausgesucht und mich nach denen halt bewertet, egal ob ich da gute oder schlechte Werte habe. Weil auch Fehler sollte man sich in der Bewerbung eingestehen und demnach, es hat auch funktioniert und das macht auch eine Bewerbung seriöser, als wenn da überall jetzt 100 Prozent steht. Holt euch da, also wenn ihr eine Bewerbung schreibt, holt euch da auf jeden Fall auch eine Fremdeinschätzung zu verschiedenen Bereichen ein, weil andere Menschen euch oft auch besser bewerten können, als ihr manchmal selbst. Meistens ist es sogar tatsächlich so, dass sich das vielleicht deckt, aber eine Zweiteinschätzung von jemandem, der euch gut kennt, ist eigentlich nie schlecht. So, dann habe ich, was Fähigkeiten angeht, halt Photoshop und so weiter halt angegeben gehabt und ein Prozentsatz zu, wie viel Prozent ich mich in dem jeweiligen Programm auskenne und das Ganze als Kreisdiagramm um das Logo herum mit der Colorfarbe von der Schrift. Colorfarbe, auch geil. Ja, damit wieder guten Morgen. Ja, Interessen habe ich möglichst halt auch darauf ausgelegt, in den kreativen Bereich zu gehen, wie Fotografie, Zeichnen, Photoshop oder Musik. Digital Art hätte vielleicht hier anstatt Photoshop einfach zu schreiben besser gepasst. Ja, hier ziehen sich halt auch wieder diese Design-Elemente von den, weil wir immer noch im Lebenslauf sind und das einheitlich sein soll von den Überschriften durch mit den Icons und auch hier haben wir wieder diese drei Striche mit der Seitenanzahl. Im nächsten Abschnitt geht es dann jetzt tatsächlich um die Bewerbung und wenn ihr wollt, ich gehe auch auf den Text ein. Ich gehe auch auf den Text ein. Zuallererst habe ich hier halt das Unternehmen mit den, werde ich hier das Unternehmen angeben, die Personaler bei Bewerbungen ist auch immer wichtig. Gebt immer einen Namen an und nicht Damen und Herren oder so. Das hat viel mehr Persönlichkeit. Ruft ansonsten, wenn das nicht angegeben ist, bei dem Unternehmen an und fragt nach, an wem ihr die Bewerbung stellen sollt. Das habe ich auch gemacht bei vielen Unternehmen. Hat sich halt auch positiv bei mir jetzt ausgewirkt gehabt, weil da, wo ich mich beworben habe, war es nicht angegeben und ich habe die Stelle trotzdem bekommen, weil ich halt einfach Engagement gezeigt habe und dort angerufen habe und gesagt habe, an wen soll ich da die Bewerbung stellen. Ja, rechts sind meine Anschriften und auch hier ist wieder mit so einem blauen Strich. Also ich habe halt hier mit drei Farben so gesehen gearbeitet. Einmal meiner Primärfarbe, womit sich auch die Bewerbung am besten beschreiben lässt, nämlich mit diesem Aquamarinenblau als Kontrastfarbe für den Hintergrund, dieses Grau und für die Schrift halt wirklich weiß. Und das stellt halt auch einfach, ja, das macht halt auch einfach diese Bewerbung aus, dass wir hier diese blauen Akzente immer haben, die dann halt auch rausstechen, wo das Auge direkt drauf fällt. Und ja, gehen wir mal auf die Bewerbung ein. Im allerersten Abschnitt habe ich erstmal geschrieben, was meine Motivation ist. Also da solltet ihr immer erst schreiben, warum ihr euch für ausgerechnet diese Stelle bewerbt. Und das hat also nicht, warum bei der Stelle vom Unternehmen, sondern eher, warum ihr euch als, zum Beispiel jetzt in meinem Fall als Mediengestalter bewerbt. Und ja, hier habe ich halt das auf meine Vergangenheit zurückgeführt, dass wir im Deutschunterricht Werbung analysiert haben und mir das so Spaß gemacht hat, wie Werbung aufgebaut ist, wie manipulativ, dass ich selber manipulative Werbung machen möchte. Nein, aber dass mich dieses Gestalten und sowas halt letztendlich sehr gefesselt hat und ich dann halt letztendlich zu Photoshop, Illustrator und so weiter gekommen bin. Im zweiten Abschnitt gehe ich auf meine Fähigkeiten ein, dass ich sowohl Fähigkeiten im Programm wie aber auch Charaktereigenschaften, zum Beispiel Ordentlichkeit und so, und ich verknüpfe das auch möglichst sehr mit meinen fachlichen Kenntnissen. Zum Beispiel habe ich hier geschrieben gehabt, das selbstständige Erlernen meiner Fähigkeiten war herausfordernd, jedoch blieb ich stets motiviert, da es meine große Leidenschaft ist. Aufgrund dessen ist es mir auch wichtig, dass ich nicht nur bei meinen Projekten sauber arbeite, sondern auch mein Arbeitsplatz eine aufgeräumte Umgebung darstellt. Das zeigt, dass ich ein sehr ordentlicher Mensch bin, meinen Arbeitsplatz sauber halte und sehr ordentlich auch in meinen Projekten arbeite. Also es verknüpft das so ein bisschen und das fand ich zum Beispiel ganz gut, dass man da solche Brücken baut. Ja, im nächsten Abschnitt geht es halt einfach darum, dass ich im Umgang mit Kunden halt auch umgehen kann. Also da beziehe ich das Ganze auf die Praxis und nicht nur so theoretisch, wie es in diesem Abschnitt hier steht. Was dann halt auch zeigt, ja, man muss da kritikfähig sein und das kann man dann halt auch sehr gut angeben. Im letzten Abschnitt muss man dann, also habe ich halt angegeben gehabt, dass ich will, dass mein Weg nach der Schule weiterhin kreativ geprägt ist und dass ich weiterhin mit dem Programm arbeiten möchte und das ist auch das ist, warum ich mich auf die Stelle bewerbe und wie ich dem Unternehmen weiterhelfen kann mit meinen Fähigkeiten. Und ja, auch wenn das vielleicht eine Ausbildung ist, kann man das gerne schreiben, wenn man sehr viele Vorerfahrungen in den verschiedensten Programmen hat oder in dem, was man machen möchte. Dementsprechend war mir das hier auch sehr wichtig, das mit einzubauen. Letztendlich habe ich dann auch noch ein Portfolio am Ende drangehangen, wo ich verschiedenste Sachen von mir aufgegriffen habe, wie Fotografie, Zeichnungen, aber auch sowas wie Flyer, die ich gemacht habe, Logos, die ich gemacht habe und so weiter und so fort. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat und ihr vielleicht jetzt eine bessere Wahrnehmung habt, wie ihr vielleicht eine Bewerbung schreiben sollt, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ciao.